So, moin moin. Wir fahren durch Kroatien. Keine Ahnung wie es hier hätte heißen. Wir sind noch 200 Kilometer. Wir fahren mal aus hier. Wir fahren mit dem Zürf. Das ist eine Art der Bremse. Der Bremse, der hier ist ständig. Der Bremse, der hier ist zack, wie es der Bremse ist. Der Bremse ist hoher. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. 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 BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 So, wir parken ein. Let's go. Schafft sich so, rückwärts so gerade zu stellen, ne? Ja, wieder gerade? So, halb. Hast du überhaupt zu viel? Das ist schon, das ist erbärmlich. 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 Aber ich stehe auch nicht gerade, ne? Das ist erbärmlich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020